Ich hätte sterben können. Ja. Hätte. So. Dann wollen wir mal sehen. Da oben wahrscheinlich. Nee, hier. Haben Sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Nee, ich hab mich rein teleportiert. Vielleicht soll ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Na ja, klar. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht. Der war ein Puff. So sagt man jedenfalls. Out of blackout. Ja, ja. Oh, fickt euch. So, Kumpel. Bam. 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 Hi. Neuer Werk ist noch nicht getarnt. Ja, ja. Ist ja gut. Und denkt, dass ich bald abreise. Ja, Mensch. Hilfe. Hilfe. Wache. Der hat jemanden getötet. Verdammt. Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Hilfe. Hilfe. Oh, kommt schon. Fickt euch doch alle ihr kleinen Penis. Gesichter. Wer ist der Herr? Nein. Nein, nein, nein. Ja, bitte. Ja. Ja, 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 ja. Alter, wie nah ich da ran muss. Oh, verdammt. Och, Mann, pfffuh. Wie nice ist das denn? Jetzt würde ich den jetzt... Ah, der schiebt ab. So, anderer Weg, andere Technik, anderes Glück. Hoffentlich ein bisschen mehr. Ja, der Start war doch schon mal besser. So. Oh, fegt euch, ihr kleinen Penisse, ey. Kleinen Schwanzlutscher. Er ist eine Assassine. Wir wollen sterben. Wie sie alle geknechtet werden, festgehaltet werden. Oh, er nicht. Er will besonders aufmucken. Na dann, los. Dich werde ich aufdrücken. Ihr habt höchst nicht mehr Zeitな Ausgesucht. Er riecht ein. Er riecht sich. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Oh, lass mich nicht los. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Er riecht dich mehr Riechen aufhüllen. Baum. So, Fick dich. Scheiße. So, der ist kein Problem. Nummer 1. Oh Mann, ihr kleinen Schwanzlutscher. Verpisst euch doch einfach. Warum müssen die mir so auf den Sack gehen? Ganz ehrlich, ich hätte das schon 3-4 Mal ohne Probleme geschafft. Aber nein. Er ist ein Assassine. Oh. Verrecke. Alter, wie sich hier die Leichentürme, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, ja, ist ja gut, hört auch rum zu brüllen. Ach, fuu, 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 das geht mir ein bisschen auf den Keks. Ach man, ja, ist ja gut. Oh, er wehrt sich die Speckbacke, hä? Alter, verrecke. Verrecke endlich. Alter, wollen noch mehr hier drauf gehen? Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Gnade am Arsch. Erst versaust du mir hier alles und dann... Gnade, bitte verschon mich. Nee, nee. Nicht mit mir. Wer denn jetzt schon wieder... Hä? Alter, wollen die mich verarschen, weil der mich für eine Millisekunde entdeckt hat? Alter, ey, das darf nicht wahr sein hier. Alter, das gibt es doch bald nicht mehr, man. Mann, meine Fresse nochmal. Das geht mir so auf den Sack gerade, ne? Das ist nicht zu glauben. Scheiße, war ja klar. Wer hat das getan? Zeigt euch. Da ist er. Scheiße. So krieg ich ihn nicht. Oh nein. Wie schrecklich. Wer hat das getan? Zeigt euch. Scheiße. Scheiße. Oh, du Pissnake. Verrecke, du kleiner Schwanzlutscher, ey. Ich ergebe mich, ich ergebe mich, ich ergebe mich. Nichts da, du verreckst auch. Penisnasen, ey. Scheiße, ey. So ein Bullshit, ey. Wie ich das jedes Mal aufs Neue machen kann. Ach, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe schon wieder alle Messer verworfen und ich kriege das hier einfach nicht gebacken. Warum, 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 warum? Alter, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das darf doch wohl alles Ich muss nicht wahr sein, wieso, 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 wieso. Meine Fresse nochmal. Aha. Alter, das ist mir sowas von Latte gerade, was hier abgeht, ey. Stirb und verrecke, du Drecksratte. So, jetzt kann ich mir hier nochmal so einen Fettsack finden, suchen. Alter, wie hier schon drei, vier von denen rumlaufen. So, Nummer eins. Wer ist hier für verantwortlich? Wie ist das passiert? Wie könnte das geschehen? Wer hat das getan? Seid euch! Meine Güte, was ist hier passiert? Och, Mann. Penisgesicht, ey. Das darf nicht wahr sein, wie die einfach immer abhauen, ne? Ich hätte den mit dem Wurfmesser einfach erledigen können, müssen. Alter, verriegelt. Ich will Wurfmesser, gib mir Wurfmesser, verdammt nochmal, du Speckbacke. Alter, so eine fette Qualle hier. Okay. Alter, voll die Leichenberge hier. So, Nummer eins ist ja kein Problem. Alter, das darf nicht wahr sein! Wieso wurde ich? Ich wurde doch noch nicht mal entdeckt. Das ist doch total... Oh Gott, ey. Und nochmal. Yay! Kann ich hier noch eine Runde... Alter, schieb ab, schieb ab, Alter. Der ist kein... Der Wichser da in der Mitte, der macht immer Probleme. Nein. Geh aus dem Weg, besoffenes Elend. Warte, wenn er mich jetzt entdeckt, ne? Dann brüll ich. Geht doch, ey. Wenn er mir das jetzt versaut, ne? Sein Glück. Sein Glück, ey. Alter Schwede, ey. Das war ja richtig... Nee, irgendwie gar nicht! Alter Schwede, wie aggressiv ich gerade wieder bin, ey. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Hä, was soll ich denn damit anfangen? Achso, okay. Okay! Hi, cool. So, wo geht's hier zu den Docks noch gleich? Entschuldigung, Alter. Alter, ich bin an dem hochgelaufen. Man run. Ja, der war schlecht. Alter, wie ich dann auch nur mit den Fäusten kämpfen darf hier. Lass mich mal ein Schwert ziehen. Verrecke. Du auch? Ja! Ja! Alter, schieb ab, schieb ab, schieb ab, schieb ab! Gott, ey! Ich kann sowas gerade ehrlich nicht gebrauchen. Nein, ich will mein Schwert ziehen! Ja, ich bin verrückt! Töten! Hm! Alter, das darf doch wohl nicht so schwer sein, hier einen Diebstahl zu machen. Du hast ein Problem, bitte! Aber ich brauche doch Geld, Herr! Ich bin arm! Gebe mir, ihr müsst ihr hier und hat, Herr! Hilfe! 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 Er hat die Stadt verloren! Er will mich töten! Ja! Das wär schön! Füße, Herr! Donne den Faden! Woher ich habe, ich habe ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden! Ramne den Faden! Ja! 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 Das ist gut, egal, ha? Was macht der nun wieder? Na los, komm!